Autos türmen sich übereinander, Matsch verdeckt die Straße, Häuser sind zerstört. Das sind die Bilder nach Überschwemmungen, wie jetzt in Spanien. Dort gab es bislang mehr als 200 Todesopfer. Die Klimarisiken steigen. Welche Folgen hat das? Auch für Finanzen und Immobilien? Darüber sprechen wir gleich mit Philipp Krohn aus der Finanzredaktion. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Jan Hauser. Und ich bin Ingen Schönauer. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 5. November. Ingen, heute ein eher schweres Thema. Weißt du noch, damals im Ahrtal vor drei Jahren waren die Fluten ja auch ziemlich stark. Absolut. Ich kann mich sehr gut daran erinnern. Wirklich heftige Regenfälle. Ich meine, es ist drei Jahre her und ich kann mich gut erinnern, dass man vor drei Jahren auch so ein bisschen dachte, boah, das ist Jahrhundertflut. Das ist schon auch ein bisschen besonders und muss jetzt ehrlicherweise sagen, wenn man die Regenfälle auch im letzten Sommer, der jetzt vorbei ist, so sieht, das hat es ja immer häufiger wiedergegeben. Also inzwischen hat man sich an diese Starkregenfälle auch so erinnert. Oder ist das so häufig aufgekommen? Das finde ich schon echt sehr, sehr bezeichnend. Und das ist nicht nur für die Region natürlich besonders erheblich und folgenreich, sondern ja, man sieht das so in ganz, ganz vielen Bereichen und ganz vielen Regionen Europas. Und man muss ja sagen, leider erinnert mich das jetzt auch wieder, wenn ich diese schrecklichen Bilder aus Spanien sehe. Es ist ja praktisch genau das gleiche Wetterphänomen. Ja, das war sehr ähnlich. Die Katastrophe im Ahrtal hat wirklich viele Häuser und Infrastruktur zerstört. Mindestens 135 Menschen sind gestorben. Tausende Häuser waren nicht mehr bewohnbar, hunderte Brücken zerstört. 17.000 Menschen haben ihr Hab und Gut verloren und auch Unternehmen ihrer Existenzgrundlage. Es war ein Gesamtschade in hoher Milliardenhöhe. Ja, und im Ahrtal werden und wurden die Häuser ja auch wieder aufgebaut. Ich finde es dann immer ganz interessant, da sieht man auch mal wieder, ja, wie wichtig am Ende da auch Medien sind. Immer mal wieder kommen dann auch so Berichte, man vergisst das ja dann doch auch wieder, dass man irgendwie gesehen hat, wie die Straßen damals ausgesehen haben, wie stehen sie heute da. Ja, der ganze Schlamm ist weg, aber viel ist ja auch immer noch echt kaputt. Das ist drei Jahre her, da ist Menschen, die die Lebensgrundlage genommen werden. Es ist viel wieder aufgebaut, Betriebe, Weinstuben, sehr vieles hat wieder geöffnet. Immerhin, das ist eine gute Nachricht, aber man sieht die Folgen nach wie vor. Das zeigt, wie wichtig einfach dieses Thema ist und darüber sprechen wir jetzt auch mit unserem Gast. Ich begrüße Philipp Krohn aus der Finanzredaktion der FAZ. Herzlich willkommen. Ja, danke für die Einladung. Philipp, du schaust viel auf Nachhaltigkeit, hast darüber ein ganzes Buch geschrieben und du kennst dich aus mit Finanzen und Versicherungen. Wie nimmst du das wahr? Ist da wirklich jetzt viel passiert und geschehen? Nehmen die Klimarisiken so stark zu? Also man kann wirklich sagen, dass die Klimarisiken zunehmen, zumindest mal in absoluten Zahlen. So viel ist sicher. Es gibt da jetzt eine aktuelle Weltbankstudie, die das gerade auch dargelegt hat, über die wir am Wochenende berichtet haben. Und ich habe ja viele Jahre auf die Versicherungsunternehmen geguckt und finde, dass da besonders die Zahlen der Rückversicherer aufschlussreich sind. Und da ist auch relativ eindeutig zu sehen, dass die versicherten Schäden, die da so anfallend im Jahr häufig 100 Milliarden Dollar übersteigen. Das war in der Vergangenheit nicht der Fall. Ja, wenn man jetzt diese Weltbankstudie und Untersuchung da anschaut, dann sieht man, dass es deutlich nach oben geht für verschiedene Naturkatastrophen, die es gibt. Und besonders stark hat mich jetzt überrascht, sind es bei Überschwemmungen. Da ist es irgendwie viel mehr als noch in den 90er, 70er, 80er Jahren. Und das sehen wir ja auch häufiger jetzt hier an Bildern, die uns erreichen von Überschwemmungen. Jetzt in Spanien wirklich verheerend. Davor war es in Frankreich oder woanders. Immer wieder auch in Deutschland. Das Ahrtal vor drei Jahren war besonders schlimm. Wie sehr lässt sich denn dann nachweisen, dass so Extremwetterereignisse wie Starkregen, aber auch Dürre und Hitze häufiger wirklich vorkommen? Ja, hier gibt es nach den wissenschaftlichen Erklärungen eigentlich einen relativ klaren Zusammenhang. Nämlich die Temperaturen steigen, die Meere erwärmen sich. Und es gibt dann eben sehr viel mehr Wasser, das verdunstet und das sich auch mehr abregnen kann. Gleichzeitig gibt es etwas weniger starke Winde, die dazu führen, dass diese in den Wolken hängenden Wassermassen dann auch wieder weggetrieben werden. Das heißt, wir haben mehr Wassermassen und die mehr an einem Ort, an dem sie sich abregnen. Und deswegen sind das häufig sehr, sehr klar lokalisierbare Ereignisse. Wie jetzt beim Ahrtal war das, glaube ich, ja sehr, sehr augenfällig, dass das da über Tage blieb und dieser Starkregen auch nicht aufhörte. Und da, also die wissenschaftliche Erklärung ist schon sehr eindeutig, dass das auch mit der Erderwärmung zu tun hat. Genau, das Ahrtal hast du jetzt genannt, wo es wirklich sehr viel Regen niederkommt. Bei Starkregen ist dann einfach so, dass da extrem viel Niederschläge geschehen in kurzer Zeit, sodass der Boden das gar nicht aufnehmen kann. Ich habe mal jetzt gesehen, in Valencia war es, glaube ich, so, dass in acht Stunden so viel Regen gefallen ist wie sonst in einem Jahr. Das war beim Ahrtal ja ähnlich, dass einfach sehr viel passiert ist. Aber da war auch schon vorher eigentlich die Rede, in Spanien auch oder im Ahrtal, die Rede davon, dass solche Überschwemmungen kommen können. Haben dann irgendwie, waren die Warnsysteme und auch das staatliche Vorgehen nicht gut genug? Was kann da der Staat eigentlich besser machen? Es gibt relativ viele Äußerungen dazu von Kommunalpolitikern in Valencia, dass es eben auch Bemühungen schon gegeben hat, die Stadt auf den Klimawandel stärker auszurichten. Eine stärkere Klimaanpassung auch zu machen, zu investieren. Also ich glaube, dass es da schon Bewegungen gab. Aber gleichzeitig sind das natürlich Prozesse, die wir seit vielen Jahren diskutieren, die wir vielleicht immer so ein bisschen abgetan haben. Thema Flächenversiegelung. Es wird immer weiter gebaut. Die Verdichtung nimmt immer stärker zu. Es gibt keine Möglichkeit, dass Wasser abfließt. Es fehlt auch an Flächen, an denen Wasser einfach auch mal liegen bleiben kann und dann verdunsten beispielsweise oder langsam erst in den Boden versickern. Das sind halt alles so Entwicklungen, die jetzt besonders stark zum Tragen kommen und wo man merkt, dass die Investitionen noch nicht ausgereicht haben. Wenn du die Versiegelung ansprichst, ist es natürlich auch so, dass mehr Menschen in die Städte ziehen und da irgendwie Wohnraum nötig ist. Und es dann natürlich schwierig ist, das irgendwie anders zu regeln. Denn was meinst du, müssen da Städte besser machen? Also ich finde, das ist immer ein bisschen schwer zu sagen von jemandem, der so auch ja irgendwie in der Schreibstube sitzt und das Ganze dann von außen beobachtet. Ich glaube, es gibt schon sehr viel Bewegung in den Kommunen, die sich klar machen, dass sich etwas tun muss. Und es gibt auch schon einige Städte in Deutschland, die nach diesem Schwammstadtkonzept versuchen, eben Flächen so zu machen, die etwas tiefer liegen, in denen Wasser einfach abfließen kann, wenn es zu solchen Starkregenereignissen kommt. Und die da versuchen eben größere Flächen auch dafür zu deklarieren. Aber ich finde, wie ehrlich das Ganze ist, sieht man immer dann daran, wenn so ein Naturkatastrophenereignis eingetreten ist. Und man sieht, wie viel davon wird dann eigentlich umgesetzt, wenn es um den Wiederaufbau geht. Da haben wir im Ahrtal eben die Riesendiskussion darüber gehabt, warum werden denn Flächen jetzt eigentlich wieder bebaut, die doch sehr, sehr stark im Risiko stehen. Und da glaube ich, sind Kommunen dann auch, ich meine, das sind natürlich auch unterschiedliche Debatten. Da ist Druck irgendwie drauf, dass dann natürlich die Bewohner auch wieder dort bauen wollen, wo sie vorher gesiedelt hatten. Und gleichzeitig muss man sehen, dass durch die ökologischen Veränderungen da halt auch bestimmte Dinge in Zukunft vielleicht viel, viel schadenexponierter sind, als sie es bisher gewesen sind. Du hast die Schwammstadt angesprochen. Das ist ja ein Beispiel dafür, dass sozusagen sich Städte da irgendwie anders aufstellen. Wie gut passiert das und was muss da eigentlich genau passieren? Also ich fand es bemerkenswert, das habe ich gerade in den letzten Tagen gelesen, dass der Verband kommunaler Unternehmen, also die Unternehmen, die in städtischer Hand sind, die sich eben ja mit diesen Themen wie Wasser auch beispielsweise beschäftigen, da schon Pläne, Konzepte entworfen haben, wie man sowas am besten machen kann. Also es ist in der öffentlichen Debatte, also zumindest in der Debatte, der internen Debatte, in den Kommunen über solche Veränderungen miteinander reden. Also es ist durchaus bekannt, aber wie setzt man sowas um? Man hat das auch gesehen in der Zeit, als im Ahrtal die Überschwemmung war, dass es eben andere Städte gab, die auch an Flüssen lagen, die sehr viel besser damit klargekommen sind, weil da zum Teil schon, sagen wir mal, Elemente von Schwammstadt-Konzepten umgesetzt wurden. Also beispielsweise ausgleichsflächen geschaffen wurden, das hat auch mit der Vegetation in den Städten zu tun, dass da eben auch mehr Vegetation ist, die Wasser eben selber aufnehmen kann. Also solche Dinge, glaube ich, kann man nie zu 100 Prozent irgendwie erreichen, aber es gibt eben schon ein Bewusstsein in Kommunen dafür, dass das gemacht werden muss. Das ist alles auch nicht so ganz billig, aber es ist auch nicht so, dass dieses Thema Klimaanpassung komplett aus der Debatte in den Städten wäre. Häufig ist es ja so, dass dann erst wirklich was auffällt, wenn es halt schief geht, wenn zu viel Starkregen kommt und das nicht mehr abfließen kann. Das sieht man manchmal auch in Großstädten, dass da irgendwie der Gullideckel dann nicht ausreicht und sich eine große Wassermenge bildet und eben nicht abfließt. Ich habe mal vor einigen Jahren mit Kommunalvertretern gesprochen, eines kleinen Ortes, wo auch viel Starkregen passiert ist. Das war jetzt nicht so verheerend, dass man es in den Nachrichten wirklich sieht, aber es war halt vor Ort schon viel Wasser, was dann auch in die Häuser eingedrungen ist. Danach haben die so ein bisschen was umgestellt, haben irgendwie die Kanalisation verbreitet, die Gräben verbreitert. Das hat schon hunderttausende Euro gekostet, weil man dafür eben was braucht. Das ist natürlich dann vorher schwierig zu sagen, wir machen jetzt das irgendwie breiter, weil natürlich keiner jetzt sieht, dass es wirklich notwendig ist. Und es gibt noch so einen anderen Punkt, der mir da aufgefallen ist. Die hatten damals das Feuerwehrhaus im Tal, was dann eine Schwierigkeit war, weil dann eben die Feuerwehrautos nicht mehr rauskommen. Also auch das muss man irgendwie dann beachten, wenn man jetzt in der Kommune ist und erwartet, dass Starkregen- und Extremwetterereignisse zukommen, dass man dann auch das Feuerwehrhaus halt nicht im Tal baut. Also das sind total wichtige Beobachtungen. Ich finde Klimawandel ist halt eine globale Entwicklung und es gibt darüber globales Wissen, das sich ansammelt. Und dieses globale Wissen muss halt irgendwann auf die Kommune runtergebrochen werden. Und da sind, glaube ich, jetzt viele noch vor großen Herausforderungen. Ich glaube, dass so langsam das Bewusstsein vorhanden ist, dass Wasser ein echtes Problem ist, das auch im direkten Zusammenhang mit der Erderwärmung steht. Und deswegen glaube ich auch, dass dieses Wissen, das sich da in einzelnen Kommunen jetzt entwickelt, am Ende auch auf andere Kommunen ausstrahlen wird. Also wenn eine Kommune, eine Stadt schon mal ein erfolgreiches Konzept gemacht hat, die Kanalisierung irgendwie, sagen wir mal, klimatauglich zu machen, dann wird das Schule machen. Dann werden andere auch auf die Idee kommen, dass man das machen kann und dann werden Benchmarks gesetzt und dann werden sich einfach Best-Practice-Beispiele durchsetzen. Und insofern glaube ich, dass da ein ganz guter Anstoß ist, dass Kommunen insgesamt diese Debatte weiterführen, weil sie eben jetzt sehen, Beispiel Valencia, das sind Bilder, die möchte man auf gar keinen Fall in der eigenen Kommune haben. Klar, das hat ja auch wirklich weitreichende Folgen, ein bisschen dazu, dass Menschen eben ihr Leben verlieren, aber natürlich auch viel Häuser und Infrastruktur zerstört ist, was dann jetzt wieder aufgebaut werden müsste. Ganz klar. Und davon abgesehen haben wir natürlich noch eine ganz andere Debatte, was die Privathaushalte angeht. Das habe ich eben auch über viele Jahre verfolgt, als ich die Versicherungswirtschaft für die FAZ betreut habe, Elementarschadenpolisen. Das ist natürlich so ein Phänomen, jeder möchte, dass er im Überschwemmungsfall oder wenn eine Lawine eingetreten ist oder so Starkregenereignisse zu Schäden führen, möchte man abgesichert sein. Gleichzeitig weiß man eigentlich, das ist in den normalen Wohngebäudeversicherungen nicht mit drin. Es gab eine Riesenkampagne von einzelnen Landesverbänden der deutschen Versicherer, die da versucht haben, die Deckung zu verbessern. Das ist ja auch interessant zu sehen, ich hatte eben von den Versicherungsschäden von 100 Milliarden Dollar im Jahr gesprochen, das sind die versicherten Schäden. Das heißt, wir haben immer noch einen sehr, sehr großen Teil, der nicht versichert ist, der war im Jahr 2023 bei 250 Milliarden Dollar. Und dieser Unterschied erklärt sich damit mit einer Unterdeckung an Versicherungsschutz. Und ja, da gibt es eine Riesendiskussion drüber, ist eigentlich jedes Haus versicherbar? Und da beteuern die Versicherungsunternehmen immer, dass eigentlich 98,5 Prozent aller Gebäude tatsächlich auch versicherbar sind. Aber wer, der jetzt nicht direkt in Flussnähe ist, findet es wirklich nötig, sich abzusichern gegen eine Überschwemmung. Genau, da können wir auch nochmal einen Unterschied machen zwischen Hochwasser und Starkregen. Hochwasser, weißt du, wenn du jetzt am Fluss hier am Main wohnst, kann immer mal wieder passieren, dass da einfach viel Wasser ist. Beim Starkregen weißt du es nicht. Das kann im Prinzip an jedem Ort passieren, dass einfach viel mehr Wasser fällt und es viel mehr regnet, als man eigentlich erwartet. Ja, das ist tatsächlich so. Da ist man so ein bisschen davon abhängig, wie gut diese Maßnahmen, über die wir eben gesprochen haben, in den Kommunen tatsächlich schon umgesetzt sind. Gibt es da breitere Kanäle? Gibt es da schon so Schwammstadt-Konzepte, die umgesetzt worden sind? Und da kann man ja niemandem, keinem einzelnen Haushalt zumuten, dass er sich einen wirklich guten Überblick darüber verschafft, wie das in seiner eigenen Kommune ist. Und insofern ist es schon nicht ganz blöd, zumindest ins Kalkül zu nehmen, dass bestimmte Schäden, die mit dem Klimawandel in Verbindung stehen, eben dann doch nicht über die Standardpolisen abgesichert sind. Und hast du da eine Empfehlung dabei, was passieren sollte oder wie sich ein Eigentümer dann aufstellt? Soll er dann immer eine Versicherung unbedingt abschließen? Ja, finde ich schwierig. Also ich finde es schwierig, da, wo man keine Versicherungspflicht hat, wirklich zu empfehlen. Das sollte man abschließen. Aber ich glaube, man sollte zumindest einfach intensiv darüber nachdenken und man sollte sich Vor- und Nachteile einer solchen Police überlegen. Es gibt ja auch immer noch Diskussionen darüber, ob das mal zu einer Pflichtversicherung wird, wo der Staat einfach Versicherer sozusagen in die Pflicht nimmt, das auszugeben. Und wo man dann ja auch eine Versicherung abschließen muss, dann stellt sich die Frage nicht mehr so sehr. Aber ich glaube, Vor- und Nachteile einer Elementarschadenpolize sollte man sich, oder es sollte zumindest eine gedankliche Brücke sein zwischen, da ist ein Starkregenereignis gewesen wie jetzt in Valencia und ich muss mich um mich selber und mein eigenes Haus irgendwie kümmern und das absichern. Ja, es gibt ja auch noch ein paar andere Sachen, die man zu Hause machen kann. Zum Beispiel kann man darauf achten, wo geht denn jetzt der Regen hin, wenn er denn kommt. Auch erstmal im kleineren Fall, dass man irgendwie versucht, keine Einfahrten zu haben, die nach unten führen oder die entsprechend absichert. Und auch Kellerschächte abdecken oder hochmauern etc. Auch das ist eben eine Sache, bei der es glaube ich nicht doof ist, mal mit Versicherungsmaklern zum Beispiel ins Gespräch zu kommen, weil die natürlich die Anforderungen der Versicherer auch kennen und wissen, wie kann ich eigentlich vielleicht den Preis einer Polizei etwas senken. Und da dann eben solche Maßnahmen auch irgendwie mit zu diskutieren, die eben den Schutz erhöhen, das ist auf jeden Fall ein guter Weg. Was das im Einzelnen ist, ist glaube ich sehr, sehr abhängig. Du hast das eben ja gesagt, man ist manchmal überrascht in den Kommunen, was eigentlich in so einem kleinen Fluss für Kraft steckt, wenn dann das Wasser irgendwann nicht mehr kontrollierbar ist. Oder auch in so einem Starkregenereignis, wo es dann der achtfache Niederschlag irgendwie gemessen wird. Und um sowas nicht selber sich alles überlegen zu müssen, ist es glaube ich eben gut, mit den Fachleuten, mit den Experten in Austausch zu treten und von denen auch die Ratschläge aufzunehmen. Ich habe mir eine Studie angeguckt vom Immobiliendienstleister Jones Lang-Lasalle. Die haben die Klimarisiken in deutschen Städten ein bisschen untersucht, haben verschiedene Szenarien untersucht und auch ein schlechtes Szenario. Da gibt es einen Vergleich, wo jetzt vor allem Frankfurt stark betroffen ist vom Klimawandel und zwar durch Unwetter, Hagel betroffen sein wird. In München, Stuttgart werden eher Hitzewellen zunehmen und in Köln und Düsseldorf künftig kaum noch frostig werden dürfen. Also da gibt es schon eine große Bandbreite, was passiert, in welchen Regionen, wie wahrscheinlich das ist. Das muss ja alles nicht so kommen, aber kann passieren. Da liegt eben Frankfurt bei den Klimagefahrenwerte jetzt weiter vorne. Am wenigsten ist in dieser Auswahl der Städte noch Kiel dabei, die allerdings ja auch eher näher am Wasser gebaut sind. Ja, das ist total interessant. Wenn ich die Diskussion über den Klimawandel über die vergangenen 15, 20 Jahre so rekapituliere, dann war es immer die Meeresnähe, die eine Riesenrolle spielte. Aber wir sehen eben, wir haben inzwischen viel differenzierten Blick darauf, dass eben Klimaanpassung an ganz anderen Stellen erfolgen muss, als wir es vielleicht damals uns noch klar gemacht haben. Und die Diskussion geht allmählich los. Das ist gut, dass wir da auch öffentlich drüber debattieren. Und ja, also es trifft nicht das Klischee. Es ist nicht einfach immer nur die Hitze und die Dürre und die Bilder, die wir uns auch ausgemalt haben, darüber, dass jetzt irgendwelche Plätze irgendwie 40 Grad heiß sind. Sondern womöglich ist es an anderer Stelle eben sowas wie, man kriegt die Wassermassen nicht mehr kontrolliert. Was dann in der Studie auch noch steht, ist, dass die zunehmenden Extremwetterereignisse eben die Risiken und Kosten auch für Immobilien erhöhen. Da hattest du schon Versicherungskosten, haben wir so ein bisschen angesprochen, hattest du genannt. Aber auch Wartungskosten sind höher oder auch für Betriebsunterbrechungen, wenn dann Unternehmen eben betroffen sind. Ja, ich finde, das ist mit den Kosten alles immer, man muss das auch als Gesamtphänomen irgendwie betrachten. Man muss das als Gesamtkalkül irgendwie nehmen. Wir haben häufig auch schon die Diskussion geführt, ist eigentlich Klimaanpassung oder Klimaschutz das bessere Konzept? Beides kostet Geld. Also was von den beiden mache ich jetzt? Sehr spannende Frage. Jetzt kommen wir zu einem hiken Punkt. Willst du da eine Prognose wagen? Naja, also ich bin der Meinung, dass man das überhaupt nicht trennen kann voneinander. Also zu sagen, jetzt muss ich überlegen, ob ich diese 100.000 Euro in diese Kanalverbreiterung investiere oder ich muss stattdessen irgendwie versuchen, in erneuerbare Energien zu investieren in der Kommune und die Stadtwerke meinetwegen stärker zu dekarbonisieren. Ich glaube, es muss beides passieren, weil wir auch sehen, dass die Schäden überproportional zunehmen. Ich will nochmal aus der Versicherungswirtschaft zitieren im Kontext mit unserer Recherche fürs Wochenende. Da hatte ich mal angefragt, wie ist eigentlich die Entwicklung von Versicherungsschäden über die vergangenen drei Jahrzehnte gewesen? Und ich bin erstaunt gewesen, dass die Entwicklung der Schäden sich um 5,9 Prozent pro Jahr entwickelt hat, während sich das Bruttoinlandsprodukt um 2,7 Prozent entwickelt hat. Also wir sehen, dass die, zumindest nach der Rechnung der Swiss Re, die ich dafür genutzt habe, die ist also deutlich stärker. Die Schadenentwicklung ist deutlich stärker als die Entwicklung des Wohlstands. Und ich meine, das macht ja irgendwie klar, dass man auf Klimaschutzseite wie auf Seiten der Klimaanpassung etwas tun muss. Also einfach beides, aber dann entstehen natürlich insgesamt noch hohe Kosten. Ja, und da muss man halt versuchen, einen vernünftigen Finanzierungsmix hinzubekommen. Da muss man gucken, für welche Aufgaben kann man private Investoren gewinnen? Wo sind Haushalte auch selber in die Verantwortung zu nehmen? Das hattest du eben gesagt. Wenn also Wohngebäude einfach teurer werden dadurch, dass da schon standardgemäß bestimmte Klimathemen im Preis inbegriffen sind, dann muss sich natürlich ein Haushalt darauf einstellen, dass es für ihn teurer wird. Und dann gibt es eigentlich natürlich auch kommunale Aufgaben und Bundesaufgaben und Landesaufgaben. Also es gibt, da müssen alle Gebietskörperschaften und aber auch alle Financiers irgendwie mit einbezogen werden. Ja, im Prinzip liegt das ja auch im Interesse des Eigentümers, dass er seine Immobilie, seinen Wert, seinen Besitz gut absichert. Gegen natürlich vermutlich viele Risiken, aber eben auch gegen solche Klimarisiken durch Starkregenereignisse oder anderes. Ja, das ist das, was wir ja immer mit der Bepreisung des Klimathemas wollen, die CO2-Bepreisung. Da sagen wir, dass wir ja auch Verantwortung irgendwie benennen müssen. Und wenn Wohngebäude teurer werden, dann ist es eben ein Teil einer neuen Realität, dass die Risiken sich auch verändern. Und wenn Risiken dazu führen, dass ich später womöglich für Schäden aufkommen muss, dann ist es völlig klar, dass das natürlich auch der Nutznießer tragen muss. Ja, ganz so einfach ist es wahrscheinlich nicht, weil eben doch Interessenskonflikte da bestehen. Zwischen, wir wollen eigentlich bezahlbaren, günstigen Wohnraum gerade in Städten schaffen. Gleichzeitig steigen die Ausgaben, wenn man irgendwie nachhaltig bauen möchte. Und zudem kommt ja auch noch dazu, hatten wir am Anfang jetzt die Versiegelungsfrage. Wenn man möchte, dass Starkregen gut abfließen kann, kann man nicht alles asphaltieren. Das muss dann anders geregelt werden. Da braucht man Grünflächen, Rasen vielleicht auch auf Dächern, andere Möglichkeiten. Das kostet zusätzlich und nimmt ja auch Fläche, um Wohnraum zu schaffen. Absolut. Also es geht schon auch um ein anderes Mindset. Jemand hat gesagt, das war glaube ich der Vorstandsvorsitzende von Bayer in der vergangenen Woche auf einer Veranstaltung, auf der ich gewesen bin. Alles wird sich ändern durch Klimawandel und Nachhaltigkeitsrisiken. Also dazu gehört die Art, wie wir Energie erzeugen. Das wissen wir inzwischen. Die Art, wie wir wohnen, da sind wir glaube ich noch nicht so weit in der Diskussion. Die Art, wie wir Lebensmittel herstellen, die Art, wie wir mobil sind. Naja und das ist eigentlich das, worüber wir gerade reden. Diese Details, das ist die Veränderung, die durch den Klimawandel passieren. Und es ist besser, proaktiver dran zu gehen, zu gucken, dass man eher präventive Maßnahmen trifft. Das sind die Begrünung der Häuser, ist eben auch was im Schwammstadt-Konzept auch mit angelegt ist. Ja und natürlich, also ich finde diese Trade-offs, diese Auseinandersetzungen darüber, wer trägt eigentlich was, das sind natürlich Riesendebatten, die auch noch nicht abgeschlossen sind. Da kann man jetzt nicht sagen, wir hier aus der FAZ-Redaktion in Frankfurt, die uns um Nachhaltigkeitsthemen wissen jetzt schon, wie der Schlüssel ist, der da zwischen staatlichen und privaten Geldgebern irgendwie aufzumachen ist. Sondern ich glaube, das sind Debatten über die kommenden Jahrzehnte, die viele Jahre dieses Jahrhunderts bestimmen werden. Aber es ist wichtig zu erkennen, dass ein bestimmtes Mindset sich ändern muss, nämlich wir müssen dieses Thema anpacken, in den Griff kriegen. Eingesichts der hohen Summen, die für diese Transformation ja immer nötig sind und im Raum stehen, ist es ja gar nicht anders möglich, als dass auch privates Kapital dafür notwendig ist. Du kommst viel herum, diskutierst auch manchmal mit, beobachtest das für die Zeitung an vielen Stellen. Wie nimmst du das wahr? Ist das schon vorangeschritten, dass man das braucht? Ist das immer noch im Entstehen? Ist das mehr Wunsch als Wirklichkeit? Also ich habe gerade eben mit einem relativ interessanten Gesprächspartner gesprochen, der so auch schon zu Paris 2015 Zeiten, UN-Klimagipfel und dann in den Jahren danach das Ganze beobachtet hat. Und der sagte, er hatte das Gefühl, bei der Klimakonferenz in Glasgow vor einigen Jahren seien vor allem die Finanzunternehmen schon recht weit gewesen. Die waren bereit, da zu investieren. Die haben das als Trend erkannt. Die haben auch Chancen darin gesehen. Da sehen wir jetzt so seit ungefähr Beginn des Ukraine-Kriegs so eine Bewegung zurück, dass die eigentlich nicht mehr so ganz progressiv sind, was das Thema angeht. Und dann haben wir aber auf der anderen Seite durch Gesetzgebung, Wir haben hier auch schon über CSRD gesprochen, über die Nachhaltigkeitsberichterstattungspflicht in Europa. Jetzt fangen die realwirtschaftlichen Unternehmen an, sich wirklich fit zu machen und zu erkennen, oh, das sind meine Daten und aus diesen Daten kann ich bestimmte Risiken ableiten und vielleicht kann ich daraus dann auch strategische Ableitungen ziehen. Und da habe ich im Moment das Gefühl, da ist die Dynamik drin. Die Finanzunternehmen sind sozusagen als Partner mit im Boot und wollen gerne da auch Finanzierung bereitstellen. Und ich glaube, jetzt machen sich im Moment gerade die realwirtschaftlichen Unternehmen fit dafür, dass sie sozusagen diese Partnerschaft auch eingehen können, weil sie eben sagen können, hier ist mein Ausgangspunkt, das ist mein, so stehe ich in Sachen Nachhaltigkeit und ich möchte in fünf Jahren so stehen bei Nachhaltigkeit, bitte begleite mich dabei. So ist zumindest im Theoretischen das Ziel und in der Praxis wird man sehen, ob das wirklich Banken und auch Unternehmen gerecht wird. Ich habe den Eindruck, dass zumindest im Moment relativ viel vorbereitet wird. Es bleibt und ist ein großes Zukunftsthema. Vielen Dank, Philipp. Ingen, was nimmst du mit aus dem Gespräch? Ja, tatsächlich so ein bisschen das, was wir am Anfang besprochen haben. Ahrtal ist drei Jahre her. Es ist einfach kein singuläres Problem, an einem Fluss oder von mir aus auch nur an einem Bächlein zu wohnen, sondern diese Wetterphänomene tauchen auch in Regionen auf, wo man davon vielleicht einigermaßen weit entfernt ist. Also das muss man sich, glaube ich, klar machen, dass das auch einfach echt Klimawandel ist und dass so diese Idee, okay, Hauptsache ich baue nicht an einem Fluss, halt einfach keine Versicherung dafür ist, mit diesem Thema Regen, Regenfälle und Immobilien konfrontiert zu werden und dadurch vielleicht auch Hab und Gut zu verlieren. Was nimmst du mit aus dem Gespräch? Im Prinzip ist es gut, wenn jeder Eigentümer sich informiert, einerseits über Versicherungspflichten, aber auch, wie kann ich mein Haus schützen, wie gefährdet ist es, was passiert bei Starkregen etc., so, dass er selbst eigentlich schon ein bisschen was machen kann, zumindest sich mal damit gedanklich vorbereiten und darauf einstellen. Ja, das ist ja sowieso auch ein bisschen das, was wir in diesem Podcast immer wieder versuchen. Leute, macht euch Gedanken, Vorsorgetreffen, das gilt ja für so viele verschiedene Bereiche, die wir ja in diesem Podcast auch immer ansprechen, aber mir scheint gerade in diesem Bereich hat man vielleicht auch ein bisschen so eine Mentalität von, das wird schon nicht passieren. Jan, dann sind wir schon wieder bei unserem Ding der Woche. Was hast du heute dabei? Ingen, man sieht es uns nicht richtig an, aber wir sind 75. Ah, ein erfreuliches Thema. Genau, am 1. November 1949 erschien die erste Ausgabe der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Das ist auch die Grundlage, dass wir jetzt hier heute stehen, in diesem Haus der FAZ und diesem Podcast machen, dass sie uns hören können, denn das ist jetzt 75 Jahre her, die erste Ausgabe und wird jetzt groß gefeiert. Am Freitag erscheint dazu die größte FAZ des Jahres mit viel, wirklich viel Lesestoff, einerseits zur Historie, aber auch mit einem Blick in die Zukunft, was da noch kommen mag, da kommt ja viel. Das wird auf jeden Fall eine richtig dicke Ausgabe. Ja, darauf bin ich auch schon sehr gespannt, auch wenn ich schon den einen oder anderen Text kenne, denn wir in den Finanzen machen natürlich auch mit, aber es geht über gesamte Teile der Zeitung tatsächlich. Und diese Woche war ein großer Empfang im Römer, das war wirklich toll. Da hat der Oberbürgermeister in die gute Stube Frankfurts eingeladen. Den Kaisersaal. Den Kaisersaal und hat den 75. Geburtstag mit uns gefeiert. Und ich fand ein bisschen lustig, dass viele Gäste, die dort waren, mir zum 75. Geburtstag gratuliert haben. Und das ehrlich gesagt, das fand ich dann auch zu viel. Wir feiern gerne den 75. Geburtstag, aber wir beide haben Gott sei Dank die 75 noch nicht erreicht. Aber kann ja noch werden. Wer weiß, wie lange wir hier auch noch diesen Podcast machen, lieber Jan. Mal gucken. Ja, noch sehen wir nicht so aus, aber mal sehen, was noch kommt. Wir verlinken auf jeden Fall ein paar Texte dazu auch in den Shownotes. Schauen Sie gerne am Freitag am Kiosk vorbei, dann ist die Ausgabe da oder gleich direkt im Briefkasten für die dicke Zeitungsausgabe. Und immer auch gerne wieder auf FATZnet, dort können Sie mit einem FAZ-Plus-Abo 4 lesen. Das war wieder eine Folge des FAZ-Podcasts für Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Und schauen Sie auch gerne in unsere LinkedIn-Gruppe. Tschüss, bis nächste Woche. Alles Gute und machen Sie was aus Ihrem Geld.